Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars, zusammen mit den lieben Mr. High 554, alias Magnus. Hallo. Magnus, da kommen keine Blöcke. Ja, wir brauchen ein bisschen. Ja, und wir haben die Zeit nicht, voll aufgedreht. Genau. Komm, Samet, du weiter baue ich schon mal an. Ja. Wir müssen das rocken hier, wir sind die Rockefeller, komm. Ja, das ist echt so. Team Blau muss siegen. Team Blau. Team Blau vor. Noch ein Tor. Tore gibt's hier nicht. Das ist mir doch scheißegal, dieses scheiß Gedicht. Magnus, du musst weiterbauen. Ich hab noch acht Blöcke. Ja, warte. Sieben, sechs, fünf, vier. Mathe, ich mach sofort weiter, würde ich sagen. Ja, okay, mach du weiter. Brauchst du noch Blöcke? Nee, nee, ich hab 43, also das sollte reichen. Dann hau ich schon mal Schlagstöcke und Spitzhacken, damit wir die gleich wegprügeln können. Genau. Ich bin so schlau, ne? Ich hab mal einen Preis für das schlauste Mädchen im Dorf gewonnen. Okay, zu dem Zeitpunkt hatten wir nur ein Mädchen im Dorf, aber ich find das hier trotzdem. Warte mal, da kommt übrigens Grün zu uns. Und Gelb. Alle, alle, alle kommen so gesehen zu uns. Schau. Ich hab einen Schlagstock für dich. Ja, ich bin hinter dir. Was? Ja, ich bin gestorben. Achso, hier, ein Schlagstock und eine Spitzhacker. Da kannst du so richtig schön wegbärmsen. Okay. Wir bärmsen die jetzt weg hier. Ey, Gelb, ey Gelb, ey Gelb. Schau, Gelb. Hm, so viel dazu. Der Typ baut sich hier noch rüber. Hi. Hi Typ. Ich warte darauf, dass er näher kommt. So. Oh je, Grün rennt zu uns. Scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Er leckt, er leckt. Er muss lecken. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Nein. Töte ihn. Nein. Doch. Jetzt ist er tot. Scheiße. Fuck, jetzt müssen wir extrem vorsichtig sein. Ja, wäre ganz praktisch. Oh, Markus. Eine Sekunde zu spät, Mann. Ja, komm. So scheiße. Ich renne trotzdem nochmal rein. Wir brauchen... Warum holen wir uns kein Eisen? Wir brauchen Eisen. Ja. Jetzt kommen sie zu uns. Jetzt kommen sie zu uns. Oh, nö. Schlagstock. Oh, Gott. Oh. Oh, ja, fallen. Nein, ich nicht. Er. Er muss fallen. Ja, komm. Nein. Oh, Gott. Oh, fuck. Das war... Action pur gerade. Guck mal, ob ich ein bisschen Gold kriege. Ohne zu verrecken. Ja, wäre ganz praktisch. Ja, wäre wirklich ganz praktisch. Ohne zu verrecken. Hat sich gut, Anna. Super Idee. Kann man ja ausreifen. Ich bin voll unter Stress gerade. Ich komme zurück. Ich habe vier Gold. Wie lange möchte ich mich da ungern auffalten, weißt du? Ja, klar. Was kann ich das umsetzen? Erstmal ein gutes Schwert am besten, oder? Er braucht fünf Gold für. Scheiße. Wir brauchen unbedingt Eisen. Nein, ich bin gerade da... Bogen kostet... Gott sei Dank, ich kann mir einen Bogen und einen Pfeil holen. Mhm. Ich beschütze hier mal ein bisschen. Na. Und du holst. Da hinten ist irgendjemand. Kriege ich den? Nee, kriege ich nicht. Mensch, Magnus, du brauchst dich da richtig scheißeln, weißt du das? Wieso? Ich finde, von da aus wäre es kürzer gewesen. Ja, von dem Weg aus wäre es kürzer gewesen. Aber dann müssten die nur auf halbem Weg von dem Weg sein. Und dann können wir nicht mehr zum Eisen. Ja, okay, stimmt. So können wir es zumindest noch irgendwie mal wiederholen. Eventuell. Aber gut, die können sich natürlich auch noch im äußeren Hotel rüberbauen und bla bla bla. Wir brauchen Schwerter... Oh Gott, ist das geleckt? Wir brauchen Schwerter und alles. Ich gucke mal, was ich nochmal für ein Schwert kriege. Wir kriegen kein Schwert, wir brauchen Eisen. Mach mal bitte. Ja, warte. Ich beschütze so lange. Mach. Okay. Ein Schwert. Oh, ich treffe nicht. Wo ist das Schwert? Ach ja, ich hab's. Ich hab's, danke. Brustpanzer hinter dir. Ja, ich glaube, da kam gerade... Ne, da wollte doch nichts zu uns. Ich dachte gerade. Ich dachte schon. Die fliegen ja schon von selbst runter, einfach. Die fliegen wirklich von selbst runter. Das sind halt Profis, ne? Die sind schlechter als ich, das ist traurig. Ich treff die nicht mal. Und die fliegen einfach... Ich sehe nur runter, runter, runter. Okay, werden sie immer von anderen getötet, aber ich sehe dann irgendwie... Da schlach ich auch keinen! Der ist einfach runtergesprungen! Bin ich so blöd, oder steht da irgendwie jemand? Wir müssen jetzt einfach verteidigen. Naja. Aber wir müssen auch irgendwie in die Mitte. Oder nicht? Da kann man mal... Ich weiß nicht, ist da irgendwas los? Ne, ne? Doch, da waren gerade welche. Die sind von grün, sind welche rüber gelaufen. Gelb ist da hinten auf seiner Plattform, den kriege ich aber von hier aus nicht. Rot ist drüben. Naja. Vielleicht hier so ein bisschen... Grün geht drüber. Soll ich mal einen auf Terror machen und drüber laufen? Ne, oder? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das ist das Problem. Dadurch könnte die Runde sehr schnell beendet werden. Ja, wir brauchen eigentlich eine gute Spitzhacke. Was können wir uns so leisten? Was gibt es hier noch so gute Sachen? Das ist gut für uns. Das ist auf jeden Fall gut für uns. Ich dachte gerade so, ach du Scheiße, aber... Wir können uns Heilungstränke kaufen. Oh ja, Heilungstränke auch. Wir müssen immer gucken, du musst mal beschützen, während ich hier dran arbeite. Wir müssen immer... Oh, okay. Dann komme ich wieder zurück. Wir müssen ein paar so Fies oder so ähnlich. Ich habe jetzt ein paar Spinnenweben. Damit können wir den Weg versperren. Und ich hole uns ein paar so Fies. Ja. Ne, Team Gelb wurde vernichtet. Das heißt, wir sind nicht die Schlechtesten. Und Rot kam. Beziehungsweise Rot schießt hier rüber. Oder auch nicht. Hat aufgehört. Hat mal kurz geschossen. Lauf! Sophia! Nein, noch nicht! Du schaffst das, du Schaf. Ich glaube, es hat was bei mir abgesetzt, aber okay. Warum lassen die das fallen? Was ist das für dumme Schafe? Ey, Magnus! Komm, Sophia! Lauf! Lauft! Achtung! Ja, ich sehe, es fallen im Bogen. Natürlich kriegt er mich. Ja, warte mal. Essen wäre... Okay, ist weggegangen. Feiglenk. Das ist im Plan. Ja, Sophia! Da haben sie es gezahnt. Da haben sie es gemacht. Ich habe mal ein bisschen Essen noch. Brauchst du auch Essen? Oder hast du... Nee, ich habe mir gerade was gekauft. Okay. Mach mal den Weg zum Eisen ein bisschen sicherer. Das ist eine gute Idee. Können wir uns noch ein paar Sophies leisten? Nein. Ich sag mal. Wenn wir jetzt noch warten, dass Rot und Grün sich auslöschen, beziehungsweise die Betten zerstören, ne? Mhm. Irgendwas geschafft, quasi. Naja. Ich zoome jetzt immer mit dem Bogen ran, weil wir haben ja eh keine Falle, die wir verschwenden können. Dann sehe ich jetzt noch was. Also Rot ist da hinten und hier ist Blau oder so. Ich glaube, der baut sich rüber. Nee, grün ist das. Quatsch. Grün, nicht Blau. Wir sind Blau. Der baut sich da auch gerade rüber. Zu, äh... Rot. Lassen wir ihn einfach mal machen. Juckt uns ja gerade nicht, würde ich sagen. Genau. Ähm... Rot ist in der Mitte. Die waren gerade auf dem Weg zu uns. Nein, die sind auf dem Weg zu Gelb. Ich verstehe die nicht. Hm. Nee, ich treffe nicht. Also herzlich willkommen zu meinem neuen Minecraft Let's Play. Wir bauen als erstes ein kleines Häuschen. Ich nenne es auch liebevoll Schützenhaus. Weil ich hier einfach scheißen werde. Nicht scheißen, sondern schießen. Habe ich scheißen gesagt. Dann habe ich mich versprochen. Ich habe erst mal gesagt, weil ich hier scheißen werde. Scheißen. Klar. Also ich mache das auch immer im Schützenhaus. Das ist mein Scheißenhaus. Ist ja nicht mein Schützen, das ist mein Scheißenhaus, Junge. Ja, klar. Ah, okay. Lass mich. Nur weil du zu lame bist, ein Klohäuschen zu bauen. Ich möchte das Dach geschützt haben. Und hier hinten so ein bisschen. Man sollte hier irgendwie auch in Deckung gehen können. Ich bin so kreativ. So. Jetzt kann ich hier so... Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist verdammt gut. Aber ich finde, wir halten gar nicht so schlecht durch. Ja, das ist so... Das freut mich. Wir spielen halt ein bisschen die... Oh, guck mal. Jetzt ist nur noch Team Rot da. Wir müssen der ein Bett abbauen. Das ist das Problem. Das ist mal von hier hinten vielleicht. Ja, aber da kommen wir nur zu Team Grün. Ach shit, stimmt. Rot kommt! Rot kommt! Okay, ja. Na gut, schießt sie auch mal. Schützenhaus! Schützenhaus! Arschloch! Wichser! Ich hasse diesen Typen! Ich kann gar nicht richtig zielen. Ich bräuchte irgendwie Updefine oder so. Ich glaube, das... ...wenn ich mich so ein bisschen Cheetah-mäßig fühlen. Mhm. Jetzt kann ich den Typen hier eventuell so unterschützen. So ein Arsch. Naja. Oh, ich treff nichts. Ich bin so blöd. Ich hab meine Kontaktlinsen schon rausgenommen. Weißt du, wie das ist? Ja. Ich seh eigentlich gar nichts. Oh, man. It's so fucking traurig. Motherfucking terrible. Wieso heil ich nicht? Willst du mich verarschen? Boah, ich seh ja irgendwie den Namen, dass da so ein Typ hüpft. Er kommt drüber. Okay. Hätte ich dir den Bogen irgendwie geben sollen, weißt du? Naja, ich bin aber auch... Also ich bin sogar, wenn ich was sehe, nicht besser. Das ist das Problem. Boah, ich hab keine Kontaktlinsen mehr drin. Ich seh einfach gar nichts. Okay, soll ich vielleicht dann übernehmen? Ja. Nimm du mal Bogen. Hier, warte. Bogen. Und Pfeil. Mhm. Du weißt nicht, wie das ist. Und du weißt, dass das auch prörend. Danke für die Blöcke. Oh. Dankeschön. Warte, wenn du sie ablenkst, dann gehe ich jetzt mal nach grün. Und von da aus versuche ich mich rüberzubauen zu denen. Lenk sie ab, Magnus. Lenk sie ab. Mhm. Sieht er mich? Ich glaube, er fixiert sich auf dich. Also gerade ja. Wir sind ja zwei. Ja, der andere steht einfach nur dumm rum. Oh Gott. Ich muss jetzt ein bisschen regenerieren. Ich hab Angst, dass er mich hier sieht. Alter. Guck, jetzt muss ich regenerieren. Ich muss jetzt hier so ein richtiger... ...lame, busy Dings bauen. Motherfucking animals. Ich sneak hier einfach ganz sneaky. Oh wow. Daniel, du bist so kreativ mit deinen Wortsetzungen heute. Wortsetzungen. Doch, kreativ. Alter. Das war knapp wahrscheinlich. Ich hab nur noch ein Herz, ey. Oh Gott, versteck dich. Bitte. Ich bleib jetzt erstmal ein bisschen hier drin hocken. Was soll ich Vanessa erzählen, wenn du stirbst? Ich weiß es nicht. Die wird mir nie wieder... ...sagt meiner Frau, dass ich sie liebe. Ihr seid nicht verheiratet. Aber du hast recht. Okay. Ich hab mal was. Der spammt jetzt hier grad. Ist okay, solange er mich nicht runterhaut. Jetzt gerade kann ich auch ein bisschen... Ich glaub, jetzt will er mich runterhauen, oder? Ich weiß es nicht. Er baut da sowas. Sieht er mich? Fuck, ich glaub, er sieht mich. Wo ist denn der? Ich seh ihn grad nicht mehr. Einer ist grad mitten in der Mitte halt. Also der steht... Nee. Wirklich halt komplett mittig. Aber ich... Ja, der kommt jetzt zu grün, glaub ich. Okay, dann muss ich hier weg. Mein schöner Plan! Er ist halt in die Richtung von grün mit dem Schwert gerannt. So, er duckt sich nicht mehr. Ich seh ihn. Ich komm mal zurück ein bisschen. Durch die Mauer kann mir jetzt nicht hier so viel passieren. Ich kann mir jetzt nicht abgeschossen werden von denen. Naja. Ach, schießt du noch Pfeile? Okay, gut. Ja, ich schieß grad noch Pfeile. Ich hab mich grad voll erschreckt. Okay, ich seh den einen zum grünen Laufen, genau. Ich halte, dass ich da nicht mehr bin. Ich hab da einmal. Spreche ich mal durch seinen Schutzwall? Ja, mach das mal. Ich lauf mal zu gelb. Okay. Oder ist der eine... Ist der andere wo rot? Äh, das weiß ich nicht. Ich seh den einen nicht, aber der andere... Der ist bei rot. Der von grün kommt gerade auch zurück. Wobei, der baut da was ab. Also, ne, jetzt wo er wieder was hin. Ich bin bei gelb. Er will mich schießen. Natürlich will er mich schießen. Fuck, ich bin bei gelb. Der wird mich sowas von treffen. Alter. Ich ihn runtergelackt hab, ne? Ja. Hex! Yeah! Reporte uns bitte! Ja, mach das mal. Ey, dieser Arsch, er trifft mich. Mein Herz, es pocht, ey. Mein Herz, es rennt, wenn ich dich seh. Nee, es brennt, nicht rennt. Ach, keine Ahnung. Helene Fischer ist nicht so mein Ding. Okay, ich hab noch Blöcke, Gott sei Dank. Ich dachte grad schon, ich hab keine Blöcke mehr. Hast du das beste Schwert für uns gekauft? Äh, ging nicht, dafür braucht man Gold. Ach, stimmt, aber das ist weit besser, oder? Nope, das ist Skill! Oh, er kommt. Fucking, fucking Scheiße. Ich bin so am Arsch. Schade. Ey, Markus, ich bin am Arsch. Ich bin sterben, du musst das jetzt machen. Du musst das Ding ist rocken. Ja, super. Sorry. Diese Aushaltung, du musst das jetzt machen, ist, äh, super. Ich kann nicht, ich sterbe. Scheiße, der Arsch baut sich hoch. Nein. Ich muss mich höher bauen als er. Ja, Arsch, Arsch, Wichser, Scheiße. Nein, das war dumm. Oh, ich bin tot. Na klar. Oh nein. Ich bin in meine eigene Spinnweben reingegangen. Magnus! Ja, bitte? Mach das! Oh Gott, ich lecke. Ah! Was soll ich das denn jetzt noch machen? Ich weiß es nicht. Du musst das machen. Nee. Ich bin ein Geist. Ein Geist. Ah, ich beobachte dich. Um dich rum schwebt noch einer. Bitte stehe nicht zwischen den Spielern. Ich stehe zwischen den Feilen, zwischen den Spielern. Geistertyp, wie heißt der Typ? Ich will den Geistertypen sehen. Äh, ich fliege immer wieder von dem weg. Weee! Weee! Sorry, ich meine Spannung. Helikopter. Helikoptermod. Mr. I554 schießt die Feiler. Er schießt die Feiler gut. Er hat gute Feiler. Das Problem ist, ich komme halt nicht zu denen rüber. Boah, Alter. Ich treffe aber heute auch echt gut irgendwie. Es ist echt, äh... Gut. Ja, es ist verwirrend gut. Es ist echt verwirrend gut. Aber ich wäre so oder so gestorben da hinten, weil ich konnte mich nicht weiterbauen, weil er auf mich geschossen hat. Er hat mich halt gesehen. Und, ähm, wäre ich jetzt nicht in den Dings hängen geblieben, in den Spinnenweben, hätte er sich höher als mich gebaut. Also hat er schon vorgehabt. Und dann wäre ich auch gestorben. Ich hatte halt keinen Fein und Bogen mehr, weil ich ihn dir gegeben habe. Naja. Er rennt jetzt hier rüber. Jetzt fragt er mich, warum ich das Gold eben nicht genommen habe, weil ich mich besser equippt habe. Ja, weil ich nicht in der Mitte mich aufhalten konnte, Mensch. Immer diese Leute, die es besser wissen, aber tot sind. Und... Unser Bett war als erstes abgebaut. Siehst du, Magnus? Ich sag doch mal, eine Schießhütte, ne? Oh, da kommen sie. Er kommt. Er kommt. Er ist hinter dir. Er ist hinter dir. So. Hat keinen Zweck. Oh. Der andere! Bäh. Aber ich finde, das war eine spannende Runde trotzdem. Ja. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Schaut bei Magnus vorbei. Ciao. Jo. Tschüss.